ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir, heute machen wir eine fangames tierlist und wir beginnen auch sofort wir haben hier ähm ja von s bis f wir gucken mal was wir ranken a shadow over freddy finde ich jetzt nicht so gelungen also all diese fangames wo wir hier spielen sind alle ganz gut ähm wo hier sind dann ist ganz gut und wenn euch welche einfallen die ich mal unbedingt auf meinem kanal zocken soll schreibt es mir gerne in den kommentaren babas diner fand ich jetzt auch nicht so atemberaubend äh babies nightmare circus war schon eines der besseren ich sehe schon day shift freddy's day shift freddy's aus prinzip schon auf platz s äh dormitables finde ich jetzt eher schlecht als recht äh was freddy of the misfits ähm wir machen statt f würde ich mal sagen hier einfach äh wir machen hier eine neue kategorie hin und zwar never also nie gespielt machen wir hin nie gespielt okay ähm also ist diese nicht schlecht sondern ich hab sie einfach nur nicht gespielt äh das was ist das ich erkenne manche nicht fredbeer and friends fand ich hier joa ganz okay ähm fredbeer's freight joa fand ich auch ganz okay final night 1 final night 1 war richtig katastrophal mann es war richtig katastrophal katastrophe mann final night 2 fand ich schon ein bisschen besser und final night 3 fand ich einfach nur joo bomben mäßig ähm final night 4 fand ich hingegen wieder ein bisschen schwächer weil einfach die optik mir nicht gefallen hat vom spiel 5 nights at candies 1 ist ein meisterwerk dafür ist aber 5 nights at candies 2 einfach als 5 nights at candies 2 war einfach nur langweilig as fuck dafür der dritte teil war wieder bomben mäßig ganz ehrlich und das reborn das haben wir auch let's play mir auch 5 nights at f boys genau f boys ja gut ähm einfach nur memes wehe es kommt dieses eine f3 ich finde die teile alle generell schlecht also äh gameboy fnaf finde ich ganz okay undertale ja sonic äh sonic fnaf finde ich immer zum kotzen work also 5 nights at fred äh spawn from a charm bucket oder wie auch immer das spiel hieß wow fand ich auch jetzt nicht so geil ähm ja wie viele sind denn das einige okay äh treasure island muss ich ehrlich mal sagen hab ich noch nie gespielt ähm crusty crab fand ich jetzt auch nicht so geil dieses vario game auch noch nie gezockt noch nie gezockt noch nie gezockt bevor dass da kein fnaf anime dabei ist hab ich auch nicht gezockt äh auch nicht auch nicht auch nicht das erste mal ist es nicht nein noch nie gezockt jolly ich hab von den ganzen spiel schon mal gehört aber ich kenn one night at flumpties wenn es einige sagen ist doch voll geil ich fand es nur so c mäßig one night at flumpties 2 den fand ich schon richtig gut äh popgoes arcade ja war ganz okay popgoes fand ich jetzt auch so ganz okay perkshop adventures ja project redust ich muss sagen hab ich noch nie gesehen äh das auch noch nicht was ist das tigga wie viel super fnaf muss ich ganz ehrlich sagen spielen wir auch aber super fnaf gehört für mich einfach aufs S tigga ich weiß nicht wie es euch ergeht aber ich äh sinister two more receive words hab ich noch nie gespielt tigga songs lambas ähm das ist ähm boah wie hieß das nochmal egal ich mach auf joe creation mhm du hast halt rachel hab ich mal ausprobiert weiß nicht du hast halt rachel ja ähm joe of creation reborn war auch ganz gut und das hello update war auch ganz nice also und wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne liken teilen abonnieren klickt die wunden nicht so zu verpassen dann sehen wir uns beim nächsten video ciao leute